Mojen habe ich es auf Klagemauer TV Letzebüsch. Leif Zuschauer, bei all dem, was an den letzten Meinen der Ukraine geschieht ist, kann Kämia in Europa und auch in Russland unbereht bleiben. Vielleicht machen sie es zu Hause für die Ukrainer im Schicksal von ihrem ganzen Volk an die Zukunft von ihrem Land. Ein Beweis von diesem Matkefeld sind Reaktionen von den Russen. Sie haben von der ukrainischen Botschaft zu Moskau eine Gedenkstätte für Taffa von der Kollision zu Odessa abgerichtet. An dem Internet gehört eine Petition, die dagegen ist, dass russische Truppen und NATO-Truppen an die ukrainischen Gebiete ansehen. Die Initiatoren von dieser Petition «Einfachbirge aus dem Land» sehen das als ein wichtiger Punkt, weil es sonst zu einem neuen Weltkrieg gibt, wo dann die ganze Menschheit ausgeschaltet werden kann. An dem Petitionstext steht Wir fordern, dass alle guten, die ausländisch Provokateuren am Mat-Erbester von der Geheimdienkstätte, die nachher sehen, aus der Ukraine zurückzugehen. Weil gerade durch Provokationen von der Geheimdienkstätte, es sowohl der nächste wie auch den Zweiten Weltkrieg aufgingen. Und genauso geht es doch Olonis. Es sind Geheimdienkstätte, das heißt hier Kämpfer, die die Leute umbringen, und das sowohl die westlichen wie die ostukrainischen Geheimdienkstätte. Nur dem Angriff gibt es auch gesucht, dass nicht mehr als Militär den Zustand regeln kann. Heute wollen wir uns aber schon zu einem belegen. Die Gäste, die die Prätexte sichern, für ihre Truppen an die Land zu schicken, sind auch die Gäste, die die Leute durch die Hände umbringen. Und dann werden sie die ganze Zivilbevölkerung von der Ukraine umbringen. Gesetze von Krieg sind grausam. Das tun wir schon gesehen, in Jugoslawien, im Irak, in Libyen, usw. Wenn ihr den Hund nicht rosen möcht, greift ihr den auch nicht an. Wenn ihr Menschen nicht an Abrechung bringt, schlauen sie sich auch nicht gegen die Seite staut. Doch wir erschlauen heute professionell Killer, Kerlblieders, Masse für Leute, am Südosten von der Ukraine agieren sie sich als rietze Sektor aus. Et waren dieselbe Schleid, die auf der Maidanplatz pro Europa-Ukraine auch noch per Gutleid umbrüchst tun. Sie holen sie sich als Bester von der Ordnung oder als Russen ausgehen. Ihr Ziel ist es, die Westen an der Südosten gehenden in Abzestöpeln, und als alle Gute geleben zu lassen, das Bewohner von der West-Ukraine, denen von der Süd-Ukraine den Tod wünschen, an ihm gebringt. Medien, die helfen ihnen dabei, beim Ausstiebeln von Haas, den dann zum Tod schlauen, von denen eigene Landsbreder feiert. Die Medien, die haben nicht mehr geleben. Weil Beisch abschlitzen, Mönche levens verbrennen, weisst eines, was das für Täter sind. Das sind Unmönchen, Satanisten, die den Krieg an Trausaket brauchen und unbestraft wollen bleiben. Mönchenoprufe für eine Mönche umzubringen, bedeutet, in einen Dritten Weltkrieg provozieren, den aber kein gewonnen wird. Wenn auf ukrainisch Gebiet Friedenstruppen von der NATO oder für Russland gefordert gehen, so als das ganz klar den Auffang von einem neue Weltkrieg. Genau so war es ja auch in Polen, auf dem gedeelten Gebiet, wo die Deutsch- und Sovjetische Truppen oben gestoßen sind. Das ukrainische Volk muss er recht auf diese Bestimmung haben, ohne Ausländische Amersche. Genau für und dem haben Provokateuren Angst. Für und dem Frieden. Alle Bürger mit einem gesunden Menschenverstand mussten ganz kraft an diesen Kampf für den Frieden investieren, weil er sein wichtiges Recht verteidigen will, an der das Recht dort leben. Wir erinnern daran, dass der Zweite Weltkrieg für Polen und die Sowjetunion übergeschwappt ist. Wann an der Ukraine den Dritten Weltkrieg entflammt, wird Russland als Eichstender zu spüren kriegen. Bewohner aus der Ukraine und Bewohner aus Russland von Neist, was sie delen müssen. Sowohl die Engwiedianer sie von Erdgas- und Petrolreserven durch die Oligarchen in den Luschen- und Westkollern haben. Und wie wollen sie ihnen auch noch hier die Leuven- und Westkollern? Leif zuschauen, wir halten an Bewusstsein, dass die Bürgerkrieg an der Ukraine nicht mehr von einer geringen Zoll von moest hongrischen Weltbeherrscher insiniert haben, während die große Majorität von der Bevölkerung kekrieg viel. Ganz am Gegenteil, an Deutschland, gehen immer mehr bierchen auf die Straße für ihre Sehnsucht nach Frieden auszudrücken. Setz euch auch mit uns weiterhin für die Frieden an unsere Länder an. Agit aktiv! Mehr als noch mal durch! Eddie Tch